ein neuer tag ein neuer booster hallo und herzlich willkommen schön dass ihr wieder da sein und heute starten wir mit deinem buch von aiben befreit die welt pandoras büchse der hoffnung duett des lichts inkarnation des mondes oder inkarnationen stimmt ja war ja was so wohnloch dann pandora prinzessin der geschichtsschreiber christi wächterin der zuflucht dann unsere karte in holo melfi erben des heiligen windes und noch mal eine rea nyalatotep ursopator dann bedanke ich mich wieder fürs zuschauen und ich hoffe wir sehen uns im nächsten video bis dahin ciao und 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 und